Die Konstruktionszeichnung des herzustellenden Teiles wird der Gießerei entweder als Fertigteilzeichnung oder als Rohteilzeichnung übergeben. Die Fertigteilzeichnung entspricht der Konstruktionszeichnung des fertig bearbeiteten Teiles. Da die Gießverfahren in der Regel keine hohen Genauigkeiten und Oberflächengüten zulassen, müssen die Gussstücke fast immer mit anderen Fertigungsverfahren weiter bearbeitet werden. Für die Folgebearbeitung muss genügend Werkstoff an den Stellen des Gussstückes vorhanden sein, an denen bearbeitet werden soll, um die geforderte Genauigkeit zu erreichen. Die gewünschten Maße des Fertigteils müssen also um das Aufmaß am Gussstück größer sein. Die Zeichnung der Form des Gussstückes nennt man Rohteilzeichnung. Die Rohteilzeichnung enthält die vom Konstrukteur gewünschten Aufmaße, Bearbeitungszugaben und Formschrägen mit allen Längen, Dicken und Winkeltoleranzen sowie die Positionen von Einguss und Steiger. Für das so bestimmte Gussstück muss nun festgelegt werden, nach welchem Gießverfahren es hergestellt werden soll. Damit wird auch bestimmt, was für eine Form dafür gefertigt werden muss. Dazu gibt es prinzipiell zwei unterschiedliche Möglichkeiten, nämlich das Gießen mit verlorenen Formen, welche nach dem Gießen zerstört werden, und das Gießen mit Dauerformen, zum Beispiel den sogenannten Kokillen, mit denen viele Abgüsse hergestellt werden können. Da verlorene Formen für jedes Gussstück hergestellt werden müssen, kann diese Tätigkeit durch ein Modell zur Formherstellung wesentlich vereinfacht werden. Die Modelle werden in der Abteilung Modellbau hergestellt. Wie daraus die endgültige Gießform in der Form- und Kernmacherei entsteht, erfahren Sie später noch. Dauerformen werden in der Abteilung Formenbau hergestellt. Der nächste Verfahrensschritt einer gießtechnischen Fertigung ist das Gießen, also das Füllen der Form mit flüssigem Gießgut, der sogenannten Schmelze. Das am häufigsten angewandte Gießverfahren ist das Schwerkraftgießen. Dabei werden oben offene, Sand- oder Dauerformen unter Ausnutzung der Schwerkraft mit Schmelze gefüllt. Nach dem Gießen muss das Gussstück erstarren und dann entformt werden. Die Zeit für das Erstarren kann sehr unterschiedlich lang sein. Beim nachfolgenden Putzen des Gussstückes werden der Formstoff sowie der Einguss und der Steiger vom Gussstück entfernt. Außerdem werden die Gussnähte eingeebenet. Gegebenenfalls kann man die Oberfläche anschließend mit einem Wasser- oder Stahlkiesstrahl bearbeiten, um die Oberflächenbeschaffenheit zu verbessern. Eine anschließende Wärmebehandlung sollte nach Möglichkeit vermieden werden, da sie zusätzliche Kosten verursacht. Bei einigen Gießverfahren, zum Beispiel zum Herstellen von Temperguss, gehört es aber zum normalen Fertigungsablauf, dass nach dem Gießen eine Wärmebehandlung angeschlossen wird. Dadurch lassen sich bestimmte Eigenschaften im Gussstück beeinflussen, so zum Beispiel seine Festigkeit, Härte und Dehnung. Unser Gussstück ist nun fertig. Verlorene Formen sollten so geschaffen sein, dass der Formstoff nach Entfernen des erstarrten Gussstückes möglichst vollständig wiederverwendbar ist. Damit wird ein ökologischer Stoffkreislauf zur Form- und Kernmacherei geschlossen. Die infolge des Putzens anfallenden Werkstoffreste werden in der Schmelzerei für neue Gussstücke weiterverwendet. Die Taste des Putzens Vielen Dank.